Dieses Social-Credit-System, von dem man glaubt, dass das dort entwickelt wird, das ist eigentlich so nicht der Fall. Glaubst du, China wird Taiwan angreifen? Also es wäre, sagen wir mal so, die Kosten für eine militärische Invasion wären auf beiden Seiten enorm. Also die wären für den Westen ganz schlimm, die wären für China aber auch ganz schlimm. Glaubst du, China wird die neue Weltmacht werden in Zukunft? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Heute sprechen wir mal über China. Ist China der neue Hegemon? Wir sprechen über die Seitenstraße und wir sprechen über das neue Buch von Philipp Mattheis, nämlich die dreckige Seitenstraße. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo. Danke, ich freue mich auch sehr. Dito, ja wir kennen uns ja schon länger, also uns verbindet ja zum Beispiel Bitcoin als auch viele andere wichtige, spannende Themen. Erzähl ganz kurz und knackig mal unseren Zuschauern, wer du bist. Du bist nämlich Journalist und für wen du alles schreibst. Genau, ich bin Journalist und vor allem war ich sehr lange Auslandskorrespondent, unter anderem China-Korrespondent. Ich war von, lass mich nachdenken, 2011 bis 2016 in Shanghai für die Wirtschaftswoche, war dann vier Jahre in Istanbul und bin dann 2019 nochmal nach Shanghai, damals für den Stern und Kapital und bin dann so im Laufe der Pandemie nach zehn Jahren Ausland wieder in die Heimat zurückgespult worden. Und zwischendrin habe ich auch mal Bitcoin entdeckt und so weiter. Das sind so Themen, die mich nach wie vor immer noch sehr interessieren und begleiten. Und seit den letzten zwei, drei Jahren recherchiere ich vor allem viel, was China sonst auf der Welt so macht. Nicht innerhalb China, aber vor allem um China herum und darum geht im Prinzip auch das Buch. Ja, und wann hast du Bitcoin entdeckt? Kurze Frage. 2000, wenn ich das sage, dann denken alle, ich bin reich, aber ich bin nicht reich. Aber es war tatsächlich so 2014. Oh, das ist sehr früh. Okay, early adopter sozusagen. Ja. Und sprichst du Chinesisch? Ich spreche so einigermaßen Alterschinesisch. Ja, also du kommst um die Runden und so. Ich komme um die Runden, genau. Aber jetzt sage ich mal, um jetzt so richtig Interviews zu führen, das kriege ich auf Chinesisch nicht hin. Dafür habe ich aber Sätze gehabt. Istanbul, Türkisch, sprichst du Türkisch so? Ähnlich. Ähnlich? Ähnlich so. Ich komme überall so ganz gut um die Runden, aber ja. Und für wen schreibst du aktuell? Für welche Zeitschriften, Zeitungen, Magazine? Aktuell schreibe ich noch für den österreichischen Standard, für die Welt. Also ich bin einfach freier Journalist. Ich habe nur meine eigene Newsletter noch. Wie war die Zeit in Shanghai? Also was hast du da für einen Eindruck gehabt? Also auch im Vergleich vor allem zu Europa, zur westlichen Welt und zu Deutschland. Das ist eine gute Frage. Vor allem weiß ich, das finde ich so halt auch für mich so in zwei Epochen teilt. Also als ich 2010, 2011 zum ersten Mal nach China gekommen bin, war das also unglaublich belebend, faszinierend, weltoffen. Also Shanghai, das war damals, darf man nicht vergessen, 2008 waren Olympische Spiele in Peking, 2010 war die Expo in Shanghai. Und damals hat man halt vor allem, da hat dieses Konzept Wandel durch Handel halt noch gegolten. Und das war damals, fand ich, auch berechtigt. Man hatte wirklich das Gefühl, dieses Land öffnet sich und wird immer weltoffener. Und das war dann teilweise auch in Shanghai, also in manchen Ecken, das war wie ein internationales Dorf. Da war unglaublich viel los und man hat das Gefühl, die ganze Welt trifft sich da. Und dann, als ich dann 2019 zurückgekommen bin, habe ich schon gemerkt, wie krass sich das eigentlich verändert hat. Zum Negativen oder Positiven? Ja, also es hat natürlich auch positive Facetten, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon zum Negativen. Also was krass aufgefallen ist, zum Beispiel, dass es halt alles vollgepflaster war mit Überwachungskameras. Hat die KP Angst vor der eigenen Bevölkerung? Ja, auf jeden Fall, würde ich schon so sagen. Und wie kam jetzt diese Diskrepanz, dass wir zwischen 2010 und 2019 diesen Wandel gesehen haben? Also liegt das jetzt nur am Staatsführer oder an der KP generell? Ja, also ich glaube, ich würde schon sagen, dass es ganz viel mit der Person Xi Jinping zu tun hat, der einfach da sich relativ früh auch schon gegen eine weitere Öffnungspolitik positioniert hat. Man hat zum Beispiel in China auch immer sehr genau den Zerfall der Sowjetunion studiert, um daraus zu lernen, um daraus zu lernen, zu wissen, okay, was können wir machen, damit uns nicht das passiert, was der Sowjetunion passiert. Und was ist das? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Eine Planwirtschaft bekommt eigentlich zu wenig Informationen, hat weniger Informationen als ein offener Markt. Und in China ist man sich, oder in der KP-Fahrung ist man sich dessen, glaube ich, schon auch bewusst, dass die Sowjetunion auch deswegen zugrunde gegangen ist, weil man einfach die, also durch Fehlplanung, ja, durch die Planwirtschaft. Und dann hat man in China, setzt man halt so mit, zum einen Teil auf eine offene, auf eine kapitalistische, freie Wirtschaft. Und jetzt, was jetzt neu dazu gekommen ist in den letzten Jahren, dass man sozusagen hofft, dass man durch KI und Digitalisierung eigentlich diese Datenmengen mit einer Planwirtschaft kombinieren kann, ja. Also, dass man nicht mehr sozusagen den Markt braucht, der dezentral am schnellsten Informationen verarbeitet, sondern dass man quasi das zentralisieren kann und das mit Algorithmen und KI sozusagen sich einen Vorteil erhoffen kann, ja. Und das ist jetzt auch nicht so, würde ich sagen, ganz nicht immer so ein Schwarz-Weiß-Ding. Also, da fährt man schon immer verschiedene Methoden gleichzeitig und so. Aber ich würde schon sagen, dass unter Xi Jinping ist da eine sehr starke autoritäre Note nochmal reingekommen mit einem Digitalisierungsaspekt und auch einer gewissen Paranoia, dass man einfach denkt, man ist von außen bedroht, aber auch von innen und muss diese Herrschaft also ganz dringend absichern. Ja gut, die eigene Bevölkerung wird ja überwacht. Also, wir haben schon die Einführung eines CBDCs, eines digitalen Geldes und wir haben natürlich das Credit Social Program. Wie hast du das in deinem Alltag bemerkt oder was sagen bekannte Freunde aus China? Wie krass ist das? Ich muss tatsächlich, weil ich mich jetzt auch letztens nochmal genau damit beschäftigt habe, da also ein kleines bisschen entwarnen. Dieses Social Credit System, von dem man glaubt, dass das dort entwickelt wird, dass man so ein Verhalten digital bewertet und dann sanktioniert, das ist eigentlich so nicht der Fall. Also, man hat auf der einen Seite, man hat schon noch so ein Credit System, das ist aber mehr, kann man sich mehr vorstellen, wie so eine Art Schufa-System für Unternehmen. Da geht es darum, eigentlich die Kreditwürdigkeit zu checken. Und dann diese Pilotprojekte, von wegen jemand ist zu oft bei Rot über die Ampel gegangen, kriegt einen Punktabzug und darf dann am Ende kein Zugticket mehr kaufen. Das muss man sagen, also diese Pilotprojekte sind eigentlich überall gescheitert. Die hat man wie in die Tonne getreten. Aber was mit dem Covid-Programm, mit dem Covid-App? Also, das auf jeden Fall, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also, ich würde es auch nicht da völlig Entwarnung geben, weil Überwachen ist ein riesengroßes Problem. Gerade, du sagst das, Covid war ein Riesending, wo man einfach dann, wenn der Test nicht, wenn man nicht getestet war und man nicht negativ war, konnte man nicht mehr nach Hause. Konnte man nicht nach Hause, genau. Oder wenn man halt auf eine Demo ging, dann war halt auch auf einmal orange oder rot. Also, das findet statt und das ist beängstigend und nimmt auch ständig zu. Das Einzige, was man in manchen Kreisen auf Twitter immer so als Minitekel an die Wand gewandt, dieses Social Credit System, das ist eigentlich in die Tonne getreten worden. Jetzt haben wir natürlich gesehen, dass China einen unglaublichen Wohlstandseffekt in den letzten Jahrzehnten generiert hat. Wir haben 800 Millionen Menschen aus der Armut, also nicht wir, sondern die KP oder China vielmehr, hat 800 Millionen Menschen aus der Armut in den Mittelstand gehoben. Das ist ein Riesenerfolg natürlich. Aber mit Kapitalismus, was ja eigentlich der Treppenwitz der Nation ist, dass ein kommunistisches Land mit dem Kapitalismus sich nach oben befördert hat, ist die Werkbank der Welt geworden, hat natürlich unglaubliche Überschüsse generiert, also Billionen an Dollar und Euro eingenommen als Exportweltmeister fast schon. Und das Geld wurde natürlich dann weltweit investiert. Also, sie haben überall die Finger, sie haben sich die Rohstoffe für die nächsten Jahrzehnte gesichert, weil sie wissen, sie müssen ihre Volkswirtschaft und ihre Wirtschaft mit Rohstoffen absichern, als auch natürlich ihre Bevölkerung ernähren. Das heißt, wir haben unglaubliche Investitionen gesehen in Infrastruktur, also wertlose Treasuries, wertlose US-Staatsanleihen und Papierfetzen aus den USA umgewandelt in Investments in Häfen in Griechenland, Land in Mosambik oder in Afrika, Kooperationen, Übernahmen etc. pp. überall auf der Welt. Und jetzt natürlich auch ein Riesenprojekt, natürlich die Seitenstraße. Also dieser Belt, der jetzt praktisch gemacht werden soll von Shanghai bis nach Duisburg. Ja, den gibt es schon. Ja, genau, den gibt es schon und so. Also, mach mal kurz eine Zusammenfassung. Was ist geplant, warum wird es gemacht und wie ist der Status quo? Also, bevor ich das mache, wollte ich noch eine kleine Sache sagen. Mir ist die so im Kopf geblieben. Du hast nämlich gerade eben gesagt, die KP hat 400 Millionen Leute oder 300 Millionen, 800 Millionen aus der Armut geholt. Und ich habe so in meinen allerersten Artikeln für die Wirtschaftswoche 2012 hatte ich genau diesen Satz geschrieben und da hat mir ein Redakteur den umgeschrieben und das ist mir so im Kopf geblieben. Er hat nämlich daraus geschrieben, das ist durchgestrichen, nicht die KP hat 400 Millionen Leute aus der Armut befreit, sondern 400 oder 800 Millionen Leute haben sich selbst aus der Armut befreit. Und das fand ich irgendwie so schön, weil das ist so ein programmatischer Satz eigentlich, der sagt so, ja, der stimmt für China so. Wenn man nämlich erstmal so die ganzen Regeln mal weglässt, dann entsteht das Wirtschaftswachstum und dann befreien sich die Leute selbst aus Armut. Und mir ist das so, wo du es wieder gesagt hast, es ist ein bisschen kleinlich. Nein, nein, absolut richtig. Ich bin ein überzeugter Kapitalist. Ich glaube, dass der Kapitalismus das beste System ist, das wir bis jetzt sozusagen erzeugt haben. Und ich bin großer Gegner von Sozialismus, Planwirtschaft und so weiter. Aber jetzt noch kurz eine Frage, die mir jetzt gerade einfällt. Wie ist denn die Stimmung bei den Menschen in China, also in Shanghai gewesen 2019? Also wenn du mit Freunden sprichst, auch jetzt, wie ist da jetzt die Stimmung, bevor wir jetzt nochmal auf die Seitenstraße zurückkommen? Positiv? Guckt man freudig in die Zukunft? Ist man verzweifelt, weil drei Jahre Lockdown waren? Oder also wie ist das? Also der Lockdown auf jeden Fall, der hat natürlich gerade in Shanghai unglaublich reingehauen. Also da sind doch viele Traumata noch aufzuarbeiten und so weiter. Und natürlich gibt es auch viele, sehr viele Chinesen, die sich Gedanken machen darüber, über die Überwachung und wohin ihr Staat steuert. Können die mit dir frei reden oder reden die nur mit dir, wenn ihr zusammenzummet ist? Das ist wesentlich schlimmer geworden. Also die reden schon noch mit mir frei, mit Western, das gibt es schon noch. Aber es hat sich schon ein bisschen eine Paranoia breitgemacht. Aber ganz kurz noch ernsthaft, aber was, finde ich, wichtig ist, um China besser zu verstehen, ich glaube, man muss sich schon immer wieder bewusst machen, dass, also ich würde sagen, 98 Prozent, wirklich die aller überwiegende Mehrheit der Chinesen, hat einen unglaublichen Wohlstandsgewinn in den letzten 20, 30 Jahren erlebt. Und dieser Wohlstandsgewinn, also der Aufstieg quasi aus Armut in eine untere oder obere Mittelschicht, das auch nicht wenige sind, die sich Europa-Reisen jetzt leisten können, das ist halt so stabilisierend für das ganze System, weil es ihnen einfach so viel besser geht. Und deswegen ist es immer noch so, das mag vielleicht jetzt irgendwann mal kippen, aber es ist schon noch immer so dieses Gefühl da so, naja, also Straße geht es mal nicht, weil eigentlich läuft ja alles viel besser. Genau, das war ja immer der Trade-off zwischen der Regierung, also zwischen der KP und der Bevölkerung. Ihr werdet jedes Jahr ein bisschen wohlhabender und reicher und könnt euch eine Kamera leisten, ein Handy leisten, Auto leisten, Europa-Reisen leisten und wir machen dafür unsere kommunistischen Planspiele. Und ob dieser Trade-off halt noch funktioniert, wird sich in den nächsten Jahren zeigen, aber anscheinend hat ja die KP Angst, deswegen immer mehr Überwachung, immer mehr Drangsalierung, immer mehr Paranoia. Ja, würde ich auch genauso sehen. Also da kann man lange drüber diskutieren, wann kippt das jetzt, aber ich würde sagen, dass dieses, genau wie du es beschrieben hast, dieses, sagen wir mal, Benzin, um diesen Motor, diesen Gesellschaftsmotor in China laufen zu lassen, das ist schon noch da und man merkt aber, dass es halt geringer wird und ich glaube, dann wird diese Lücke, wird die Nationalismusüberwachung irgendwie aufgefüllt. Also wir sehen auf jeden Fall, die Wachstumsdynamik ist deutlich zurückgekommen und man hat natürlich hausgemachte Probleme. Wir haben eine riesige Immobilienblase und natürlich eine demografische Bombe. Also bis 2050 wird halt China um 500 Millionen Menschen einfach schrumpfen, weil halt die meisten dann jetzt in Rente gehen und dann teilweise auch wegsterben und deswegen glaube ich nicht, dass China der neue Hegemon wird, aber ich höre natürlich gerne auch deine Meinung an. Aber lass uns mal kurz über die Menschen noch kurz eine Frage reden und zwar stellen, bezüglich, wie sind die Chinesen drauf? Also sind die totale, glühende, verfechtertes Kommunismus? Ist es wie bei uns, dass die breite Masse eigentlich auch wohlgesonnen ist und Freiheit will und leben will und auch ganz normale Menschen sind wie du und ich? Oder wie ist das? Also wie sind die Menschen da drüben? Weil die meisten waren noch nicht dort. Ja, was ich an China immer sehr, oder an Chinesen immer sehr geschätzt und gemocht habe, ist, sie sind unglaublich neugierig, unglaublich offen und das oft auf so eine, gerade auf dem Land, auf so eine kindlich-spielerische Weise. Also manchmal kommt man in so ein Dorf rein, wirklich so weit weg von Shanghai und so weiter und dann ist man umringt von Leuten und die Chinesen, bei denen ist Essen immer so wichtig und dann das erste Mal sie fragen, ja, was hast du zum Frühstück gegessen? Was esst ihr in Frühstück in Deutschland, ja? Solche Sachen so. Das ist ja völlig geschockt. Also das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich vorstellt, ein Chinesen würde doch ein, weiß nicht, ein niederbayerisches Dorf gehen oder ein Schwäbisches und dann würden die Leute neugierig kommen und fragen, hey, was gibt es bei dir zum Frühstück in deinem Land? Die Suppe. What? Und das fand ich schon, also das fand ich immer sehr beeindruckend auf eine positive Art und also die Neugier und die Offenheit und dann, es gibt natürlich bei 1,3 Milliarden mittlerweile alles. Ich glaube, richtige Verfechter des Kommunismus gibt es nur ganz wenige, aber was es vermehrt gibt und was ich auch so ein bisschen erschreckend fand, ist ein Nationalismus, der auch von oben halt sehr geschürt wird. Vor allem von Xi, natürlich, ne? Also der ist ja derjenige, der ist wirklich hier mit Fahnen und hier mein Buch und so weiter. So und wir sind jetzt die neue aufschrebende Weltmarkt. Amerika will uns klein halten und so weiter. Landwirtschaftträger und Taiwan etc. Genau, noch eine Frage, weil wenn ich immer Dokumentationen sehe über China und dann sehe ich irgendwelche westlichen Reporter, die aufs Land reisen und so weiter und versuchen mit Menschen zu sprechen, dann zeigen die auch immer, das sind dann fünf Stasi-Beamte, würde ich das mal nennen, die einen verfolgen, die dann irgendwie dazwischen grätschen, die dann die Bevölkerung verwarnen. Hast du das auch erlebt? Ja, das kommt schon vor, aber es ist tatsächlich auch sehr zwiegespalten. Also ich würde sagen, jetzt so in den großen Städten, Shanghai, Shenzhen, Peking, erlebst du sowas eigentlich nicht. Aber du hast es schon erlebt, dass dann dich jemand verfolgt? Ja, also gerade auf dem Land passiert sowas schon oft. Das muss man aber auch wissen, also das hat so eine eigene Logik, weil so ein Provinzgouverneur oder Stadtbürgermeister, der hat vor allem Angst, dass er nichts falsch macht. Und dann entscheidet sich lieber dafür, jetzt auf Nummer sicher zu gehen und ganz genau zu wissen, was los ist. Aber hast du schon Einschränkungen erlebt, dass du nicht bewegen durftest oder dass du irgendwie bedroht wurdest? In Xinjiang schon. Inwiefern? Da wurde ich zum Beispiel einfach dann aus dem Hotel geschmissen, musste dann ein anderes. Warum? Da hieß es dann, dass Ausländer dürfen nur ein ganz bestimmtes Hotel. Das war abgehört dann, oder? Das war abgehört, dann kamen noch Leute von der Staatssicherheit, die dann gefragt, also die dann so mich zum Tee gebeten haben. Da wird man dann halt so ein bisschen ausgefragt, was man hier macht, warum man da ist. Und überwetzer? Oder wie ist das? Die konnten sogar ein bisschen Englisch. Und wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Also wenn du denkst, okay, scheiße, DDR, wir sind jetzt hier auch im DDR-Gebäude drin und so, 1989 irgendwie die Straße legt dich zum Tee ein. Hast du den Tee überhaupt getrunken oder hast du Angst gehabt, dass er vergiftet ist? Nee, ich hab den schon getrunken. Also das ist schon so, dass man sich so, ich hab jetzt nie so wirklich Angst um mein körperliches Befinden gehabt, aber natürlich ist das unangenehm. Und es gibt leider schon immer wieder auch Fälle, wo das ja unangenehm ausgegangen ist. Für dich? Für mich persönlich nicht. Ich hab zum Glück nie Probleme gehabt, aber... Für Kollegen? Für Kollegen. Also das ist mit Journalisten relativ selten passiert. Aber ich kenne zum Beispiel einen Unternehmensberater, der hat so firmeninterne Korruption aufgedeckt und der ist ein Jahr in ein chinesisches Gefängnis gekommen. Weil er die Korruption aufgedeckt hat? Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Scheiße, haben sie eben... Also das ist schon auch... Also es sind aber auch... Um Kinder zu verstehen, muss man auch wissen, dass es halt... Die KP hat 19 Millionen Mitglieder und es sind einfach auch hochmafiöse Strukturen. Kriminell. Genau. Und wer dann die Fraktionen nicht richtig kennt oder da jemand den falschen Leuten auf den Fuß tritt, der kann halt Ärger bekommen. Und wenn du jetzt in irgendwelchen Hotels bist, gehst du dann davon aus, dass das überwacht wird? Bist du dann vorsichtiger mit der Kommunikation, mit Telefonaten oder...? Im Prinzip schon, ja. Nimmst du das gleiche Handy mit, hast du ein anderes Handy dabei? Ich kenne auch Leute, die bei bestimmten Themen einfach das Handy in ein anderes Zimmer legen und sagen... Aber gut, die werden wahrscheinlich Wanzen haben, ganz ehrlich, oder? Ich glaube auch, man muss ganz ehrlich sagen, so irgendwann wird einem das auch so ein bisschen egal. Also am Anfang war ich dann noch so recht paranoid, aber dann dachte ich mir so, naja, gut, das Schlimmste, was dir geschehen kann, ist dann nicht das Schlimmste, aber was dann oft passiert ist halt, dass sie dein Visum nicht verlängern und dann musst du quasi das Land verlassen. Okay. Gut, lass uns mal über dein Buch sprechen, über die dreckige Seitenstraße. Warum der Titel? Warum die dreckige Seitenstraße? Also ich fange mal ganz kurz bei der alten Seitenstraße an. Das ist ja dieser Handelsweg von China sozusagen ins Abendland, Marco Polo. Marco Polo, genau, die Karawanen, die also Seide nach Byzanz und sonst wo hingebracht haben. Und dieser Begriff wurde dann von Xi Jinping 2013 wiederbelebt unter dem Slogan so die neue Seitenstraße. Anderer Name ist die Belt and Road Initiative. Und eigentlich ist das ein gigantisches Infrastrukturprogramm Pekings, wo Brücken, Straßen, Häfen, Flughäfen, Pipelines quasi in der ganzen Welt gebaut werden. Gibt es ein Volumen? Es gibt ein Volumen. Also die Zahlen kommen nicht von chinesischer Seite, weil China sich sehr bedeckt hält mit den genauen Zahlen. Aber es gibt von amerikanischen NGOs, die haben das oder Thinktanks, die haben das zusammengerichtet. Also man schätzt, dass das Investitionsvolumen irgendwie zwischen 800 Billionen und 1,2 Trillionen Dollar ist. Also schon ein Haufen. Wow, okay, krass, okay. Und dreckig ist es, weil diese Projekte einfach, und darum handelt ein Großteil meines Buchs, einfach oft an den Menschen vorbeigehen und auch in den Staaten eigentlich nicht so viel Gutes geschaffen haben. Über die Gründe können wir noch sprechen, wie es dazu gekommen ist. Aber diese Seidenstraße, die eigentlich Gutes bringen soll und Handel wiederbeleben soll, hat einfach oft auch Abhängigkeiten geschafft und hat vor allem auch für die Menschen vor Ort oft nicht so gute Sachen gebracht. Nimm mal zwei, drei Beispiele, wo es Abhängigkeiten geschafft hat oder was negativ war für die Bevölkerung vor Ort, in welchen Ländern und so weiter. Also es gibt, ich fange mal mit einem, das ist ein ganz klassisches Beispiel, das ist Sri Lanka. Sri Lanka kennt man ja vom Urlaub machen, sehr schöne Insel, relativ klein, kleine Wirtschaft auch. Und dort hat China so ab 2012, 2013 angefangen zu investieren und hat dann unter anderem einen Tiefseehafen gebaut. Das ist der Hafen von Hambantota, das ist so 200 Kilometer südlich von Hauptstadt Colombo, ungefähr weiß, wo es ist. Und Sri Lanka ist auch ein Land, das chronisch eigentlich Zahlungsschwierigkeiten hat oder ein chronisches Defizit hat und konnte dann die Zinsen und die Tilgungsraten für diesen Kredit nicht mehr zahlen. Und dann hat man sich so, in Anführungsstrichen, drauf geeinigt, dass China diesen Hafen für 99 Jahre pachtet. Also der ist jetzt in quasi chinesischer Hand. Man hat Hongkong umgedreht. Ja, so ein bisschen, genau, so ein bisschen. Das ist ein bisschen so, man hat so ein historisches Echo irgendwie in diesen 99 Jahren. Und das wurde dann so zum Menethekel der Seidenstraße, dass man gesagt hat, naja, was China da eigentlich macht, ist ja sozusagen eine Schuldenfallendiplomatie. Also man lockt quasi die Staaten mit Krediten irgendwie an und schafft dann massive Abhängigkeiten. Man muss fairerweise auch sagen, also dieses Beispiel Sri Lanka, das hat sich jetzt so in dieser Form nicht wiederholt. Also China hat jetzt nicht noch in anderen Ländern irgendwie Staatseigentum konfisziert. Aber ein anderes Beispiel zum Beispiel ist das kleine Land Laos, kennt man vielleicht auch noch irgendwie vom Urlaub machen, da zwischen Thailand und Vietnam an der Südgrenze, hat sieben Millionen Einwohner, ist wirklich winzig klein. Und da hat China für 4 Milliarden US-Dollar eine Zugstrecke durchgebaut. Kann man jetzt sagen, toll, also Laos hatte sicherlich Bedarf an so einer Zugstrecke. Also das nützt schon was. Das ist bloß alles, also wenn man sich das anguckt, diese Bahnhöfe sind wahnsinnig überdimensioniert. Man muss dann in den Städten nochmal 30, 40 Kilometer rausfahren, um zu diesem gigantischen chinesischen Bahnhof zu kommen. Und dann steigt man diesen Zug ein. Der hält dann aber auch nicht wirklich dort, wo es den Menschen helfen würde, sondern verbindet einfach die drei größten Städte. Also es ist auch nicht so, dass man sagen kann, der schafft jetzt hier irgendwie eine gute Infrastruktur für die Bauern dazwischen. Kurze Zwischenfrage. Wer hat denn diesen Bahnhof oder diese Gleise gebaut? Waren das denn chinesische Unternehmen oder Unternehmen aus Laos? Also hat es ja Volkswirtschaft fast gebracht, fördert oder war das alles nur Infrastrukturprogramm für die chinesischen Wanderer? Ja, nee, das ist ein super guter Punkt, den du ansprichst. Und das ist ein Kennzeichen auch dieser Seidenstraßeninvestition, dass es eigentlich immer nur an chinesische Staatsunternehmen geht. Das ist nicht mal Privatunternehmen, sondern Staatsunternehmen. Und die bringen dann sozusagen, also so Raumschiffartig, bringen ihre Arbeiter mit, bringen auch ihre eigenen Restaurants mit, bringen ihre Wäschereien mit, bringen ihre Räder oder alles, die ganzen KTV-Sachen, alles. Also wir haben uns mal angeguckt, also in Myanmar zum Beispiel, haben sie so einen Pipeline-Terminal gebaut, um diese Straße von Malacca zu umgehen, sodass die Tanke aus dem Golf quasi, also an der manischen See anlegen können. Und da sind man irgendwie so drei, vier Stunden oder so Mangrovenwälder gezuckert. Und auf einmal kommt man vor diesem gigantischen Terminal an, wo mit chinesischen Schriftzeichen das draufsteht. Das ist aber komplett, also man kommt da nicht rein, das ist komplett alles abgezäunt. Und wir haben dann so nebenan, so zwei, drei Kilometer weiter, wohnen dann halt noch die Fischer, die da halt seit, weiß nicht, Jahrhunderten leben. Die haben gesagt, ja, also wir dürfen jetzt nicht mehr fischen, weil sie uns gesagt haben, ist zu gefährlich, wenn die Tanker da anlagen. Also man hat denen quasi die Lebensgrundlage genommen und hat denen aber auch nicht die Möglichkeit gegeben, irgendwas anderes zu machen. Also wenn man da zum Beispiel auch, vielleicht wenn man eine Schule hingebaut hätte oder immer eine Straße, dann wäre irgendwas für diese Menschen dort übrig geblieben. Aber gar nichts. Und das ist auch ein Kennzeichen, würde ich sagen, oder ein Problem an all diesen Investitionen, dass man eigentlich die Überkapazitäten, die man in China in den Jahren davor aufgebaut hat, hat man einfach ins Ausland verlagert und sagt, okay, die ganzen Staatsunternehmen, die vorher die Geisterstädte in China gebaut haben, jetzt überspitzt gesagt, können jetzt die Straßen und Brücken ins Nirgendwo woanders bauen. Bauen jetzt woanders Geisterstädte und, ja. Richtig, ja. Okay, krass. Okay, und wir sehen, dieser Belt, der geht ja wirklich durch ganz Asien, Mittlerer Osten, Europa und so weiter, in Afrika haben sie auch ihre Finger im Spiel. Was gibt es noch für Beispiele, wo jetzt dann die Demokratien tatsächlich teilweise untergraben werden? Weil da entstehen ja auch Abhängigkeiten, wahrscheinlich auch Korruption, denke ich mal. Hast du noch ein schönes, plastisches Beispiel? Absolut, es hat auch immer viel mit Korruption zu tun. Kenia zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Also da findet dann einfach, was ja mit einhergeht, sind dann oft, man verständigt sich mit korrupten oder halb korrupten Politikern. Und dann gibt es dann dort auch chinesische Fernsehsender. Es wird im chinesischen Sinne berichtet und so weiter. Also das ist schon so auch ein gewisser Soft-Power-Approach, der da gefahren wird. Aber glaubst du, dass diese Strategie des Abhängigmachens und dieser Seitenstraße zum Erfolg führen wird im Endeffekt? Oder wird Laos irgendwann sagen, fuck off und sie werden es einfach sozusagen verstaatlichen und die Chinesen rausschmeißen? Ich glaube, Laos ist dafür einfach viel zu klein. Die haben einfach überhaupt keine Chance gegen dieses Riesenland. Bei Laos habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, naja, das wird so in 50 Jahren vielleicht dann irgendwie die... Teil von China. Ja, kann ich mal... Oh gut, aber Kenia zum Beispiel nicht. Kenia zum Beispiel nicht, genau. Es ist eine zweischneidige Sache, weil man muss schon auch sagen, und das hat mich vor allem in Afrika sehr beeindruckt, dass da einfach viele Leute sagen, hey, ihr Europäer braucht uns eigentlich gar nichts vorschreiben, weil hier sind ständig Leute gekommen, die irgendwie das Land ausgebeutet haben und jetzt kommen eben die Chinesen und... Die machen wenigstens was. Genau, bauen halt wenigstens eine Zugstrecke. Und das mag vielleicht auch so ein bisschen naiv sein. Ich würde dann schon... Solchen Leuten könnte man schon entgegnen, ja, aber guck mal, was für Abhängigkeiten dadurch entstehen. Trotzdem finde ich schon auch wichtig, diese Perspektive auch erstmal wahrzunehmen. Und so sagen, naja, das funktioniert ja auch nur, weil es eine Lücke gibt, weil es einen Bedarf gibt, der vom Besten sozusagen nicht erfüllt wurde. Und das hat mich schon auch oft ins Nachdenken gebracht. Okay, was könnte man eigentlich besser machen? Oder nicht, dass ich eine Antwort habe, aber... Aber glaubst du, es wird von Erfolg gekrönt sein, das chinesische Modell? Also meinst du, sie werden dadurch tatsächlich in Einfluss vergrößern und wirtschaftlich sich stärken und vielleicht sogar wirklich eine neue Hegemon werden? Ich glaube, es ist attraktiv für nahezu alle Staaten, die autoritär regiert werden, die sich nicht so viel um Feedbackmechanismen aus der eigenen Bevölkerung kümmern, die angezogen sind von der Überwachungstechnologie, die angezogen sind vom chinesischen Gesellschaftsmodell. Und dann glaube ich, Stichwort chinesische Gesellschaft, wenn es China gelingen würde, tatsächlich so einen Wirtschaftsboom zu erzeugen, wie es im eigenen Land gelungen ist, dann glaube ich, ja, dann würde das, glaube ich, schon funktionieren. Momentan muss ich sagen, aber Stand der Dinge ist schon auch, dass es momentan nicht unbedingt danach aussieht. Also erstmal die Wirtschaft in China, das ist auch schon angesprochen, Bröckel, das läuft längst nicht mehr so gut wie noch vor zehn Jahren. Und ja, und dann bei vielen Staaten sind jetzt auch Chinesen nicht, also in Kenia zum Beispiel hatte ich schon oft, auch in Sri Lanka, eigentlich überall. Also ich habe eigentlich fast nie einfache Leute erlebt, die irgendwie gut über China gesprochen haben. Also das Image war eigentlich ziemlich negativ. Also bei den Politiken oder bei den Menschen vor Ort? Ja, bei den Menschen vor Ort. Aber obwohl sie da praktisch riesige Bahnhöfe bauen, Klitzer, Klitzer und so weiter. Ja, weil die Zugstrecken und Bahnhöfe und so nicht wirklich was bringen, die chinesischen Unternehmen sich nicht wirklich um die Leute gekümmert haben, bei den einfachen Leuten nichts hängen geblieben ist. Und es ist dann schon irgendwie so ein in Elitenprojekt von Politikern, die tendenziell, aber tendenziell autoritär und korrupt sind, würde ich mal sagen. Okay. Passend zur KP. Genau. Glaubst du, China wird die neue Weltmacht werden in Zukunft? Ich glaube es nicht. Es würde ich jetzt so, also es ist schwierig, sowas zu beantworten. Ja, aber einfach mal, dann ist es eine persönliche Meinung. Ich glaube nicht, also weil es dazu einfach, das Land einfach viel zu viele Probleme hat. Also ich glaube, du hast es angesprochen, ein riesen Problem ist die Demografie. Ein Kindpolitik war leider ein Fehler oder war ein Fehler. Ja. Ja. Okay. Und dann bin ich halt doch noch so freiheitsgläubig, dass ich glaube, dass autoritäre Systeme dann am Ende einfach zu fragil sind, weil sie nicht die Anerkennung finden in der breiten Masse. Was würde nach Xi kommen, also wenn der weg wäre? Weil er hat sich jetzt auf Lebenszeit ja hochgemogelt. Ja, genau. Erstmal kommt da so lange nichts. Kommt da ein zweiter Diktator? Also bestimmt. Ich meine, wir alle wissen nicht so genau, wie diese Campeh funktioniert. Man muss ja auch sagen so... Ich glaube, er ist der Sonnenkönig, oder? So würde ich mal sagen. Ja, gleichzeitig ist es, aber gleichzeitig ist es keine Kleptokratie. Also es ist nicht das, wie man so jetzt sich in den afrikanischen Diktator vorstellt, der da im Leopardenfell auf und ab geht und das Land ausbeutet. Also das ist schon so, die haben schon noch, würde ich schon sagen, einen Auftrag oder einen gefühlten Auftrag, irgendwie das Leben für die breite Masse besser zu machen. Aber es gibt keinen tieferen Wert von Freiheit oder von Individualismus. Also es ist dann wirklich dieses... Es ist ein Personenkult in der Zwischenzeit. Personenkult und ein Nationenkult auch. Also das stelle ich... In den letzten Jahren ist mir oft aufgefallen, dass es halt immer nationalistischer wird, dieses Vakuum, was früher mal kommunistisch war, ist jetzt eigentlich Nationalismus. Also China muss jetzt wieder den angestammten Platz in der Weltwirtschaft oder in der Weltherearchie bekommen. Wir waren ein großes Imperium, jetzt sind wir wieder jemand und so. Ja, wahrscheinlich auch so verletzter Stolz ein bisschen durch die Erniedrigung der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Spannend. Aber ja, dieser Personenkult ist schon makaber und ist auch immer stärker. Ich glaube auch, das ist ein Zeichen der Verzweiflung, dass man jetzt mehr auf Nationalismus, auf die chinesische Flagge und auf Xi irgendwie pocht, um halt das irgendwie zu übertünchen und zu überdecken, um eine Gemeinsamkeit zu finden. Weil früher war die Gemeinsamkeit Erfolg, Aufstieg, Wohlstand und jetzt bricht es halt weg. Jetzt muss man irgendwie diese Lücke stopfen. War auch dein Gefühl jetzt 2019, dass dann, also 2010, 2011, auch andere Menschen, die dort waren, sagen mir, es war eine unglaubliche Dynamik, Aufbruchstimmung, künstliche Intelligenz, Blablub und so. Ja, überall, alles wurde mit WeChat bezahlt und so weiter. War das 2019 auch noch so oder war das eher so okay, immer noch okay, aber nicht mehr so wie 2010? Also so unglaublich innovativ und technikaffin. Doch, das ist schon noch so, muss ich sagen. Also das ist auch tatsächlich so, dass man auch als Deutscher so ein bisschen Demut lehrt. Ja. Da sind wir bald hin am Mond, ne? Ja, irgendwie schon. Also das ist schon, also man muss sagen, also wenn ich jetzt sowas sage, dann rede ich von Shanghai oder Shenzhen, also durch diese Metropolen. Also im Land sieht es wieder ganz anders aus. Also da gibt es auch krasse Unterschiede. Ja. Aber in den großen Wirtschaftszentren, da fühlt man sich, da denkt man sich, oh, das ist schon eher so, also da spielt die Musik, das ist schon sehr zukunftsgewandt. Ja. Okay. Ich glaube so die, also China und die Prickstaaten werden eine goldgedeckte Währung rausbringen am 22. August in Südafrika. Also gerade das große, der große Rumor, dass die Chinesen ja unglaublich viel Gold angehäuft haben, aufgekauft haben in den letzten Jahren. Also sieht man ja Rekordaufkäufe von Gold. Jetzt am 22. ist dann die große Konferenz in Südafrika. Was denkst du? Oder was passieren? Oder was verkündet werden? Also die Gerüchte verdichten sich ja immer mehr in die Richtung. Also ich finde es mega spannend. Das Einzige, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist nur, dass also China hat seit bald schon jetzt ungefähr zehn Jahren das erklärte Ziel, den US-Dollar sozusagen als globale Reservewährung vom Thron zu stoßen. Ja. Daran arbeitet man auch mit Hochdruck. Viele Länder, viele Bricks-Staaten teilen dieses Ziel. Ja. Also arbeiten daran mit. Und ich glaube auch, wenn so eine alternative Währung irgendwie von Erfolg gekrönt sein soll, dann muss sie mit irgendwas gedeckt sein. Ob es dann Gold, Rohstoffe, Bitcoin, was weiß ich, was es ist. Aber es muss ja irgendwie einen Vorteil haben, wo man sagt, okay, das ist jetzt besser als US-Dollar. Hast du Bitcoin mal in China eingesetzt oder so? Ist das irgendwie Thema in China? Naja, mittlerweile ist es ja irgendwie komplett verboten. Ja, aber sagt ja nichts. Ich dolche ja nichts. Ich hatte, sag mal, wann kam das Boot 2021? Da habe ich schon noch mit Leuten geredet und da war schon noch, also die Chinesen sind auch irgendwie, ich mache jetzt hier so Pauschalurteile, ich sage es ja mal, das sind schon passionierte Gambler auch. mit Immobilien, Aktien, Und deswegen haben die auch mit Shitcoins rumgezockt, wie blöde. Die größten Shitcoiner kommen ja aus China. Okay, ja spannend. Glaubst du, China wird Taiwan angreifen? Oder übernehmen? Übernehmen ja, aber würden sie es angreifen? Also ich hole mal, also hole ich ein kleines bisschen aus. Also ich glaube, für China war es ganz lange und es ist immer noch der Best Case, dass diese, also die Wiedervereinigung oder Vereinigung ist erklärtes Ziel auf jeden Fall. Der Best Case aber ist, dass es friedlich geht und da war man, da war man eigentlich bis 2016, hatte man das Gefühl, man sei auf einem guten Weg. Also weil die wirtschaftlichen Beziehungen sind immer enger geworden. Es gab immer mehr persönlichen Austausch mit der KMT, das ist ja die alte Festlandpartei, mit der kam man sehr gut zurecht und dann hatte man so den Plan, naja, jetzt warten wir aber nochmal zwei, drei Generationen ab und da hat sich das Problem wahrscheinlich von selbst erledigt, weil dann sind wir alle zusammen gewachsen. Jetzt ist in der Zwischenzeit sind zwei wichtige oder drei wichtige Sachen passiert. Einmal war es 2016 in Taiwan eine andere Regierung an die Macht gekommen, die mehr auf Unabhängigkeit setzt, die auch Junge ist, muss man auch fairer sagen, das ist halt wirklich schon noch mehr von der jungen Generation getragen, die wollen mit dem Festland nicht viel zu tun haben. Ein ganz wichtiger Punkt war Hongkong, weil die Proteste, die Art, wie man mit den Protesten in Hongkong umgegangen ist, hat vielen Taiwanesen gezeigt, okay, danke, ja, also wenn hier irgendwie was von zwei Systeme, ein Land, bla bla, könnt ihr mal eine Pfeife rauchen, weil der mit den Hongkong umgeht. Also das hat viele, glaube ich, nochmal in Taiwan geschockt und klar gemacht, wir wollen das nicht. Und ja, jetzt kam natürlich der Ukraine-Krieg und die Haltung Amerikas und ich sehe es. Und Corona war aber auch ein Thema. Also viele Taiwanesen sagen auch, also der Lockdown in China war auch ein Problem. Ja, bestimmt, bestimmt, ja. Und jetzt, glaube ich, ist das ein sehr schmaler Grat, also auch für den Westen, weil einerseits wollte man oder will man natürlich auch, läuft man darauf, dass man mit dem Beispiel Ukraine, mit der starken Unterstützung sozusagen auch Peking abschreckt, von einer militärischen Invasion. Es kann aber auch sein, wenn man jetzt Taiwan zu sehr aufrüstet und China durch diese Halbleiterembargo überhaupt keine Möglichkeit mehr lässt und stehen zum Rücken, zur Wand und dann mache ich mir schon Sorgen, ob das nicht vielleicht bestimmte Leute in Peking erst tatsächlich provozieren würde, weil man sagt, wir haben keine Möglichkeit, jetzt müssen wir das militärisch lösen. Ja gut, aber ich meine, ein Großteil der seltenen Erden kommt ja aus China und jetzt gab es ja einen Exportstopp für Gallium und Germanium, hat nichts mit Deutschland zu tun, aber, glaube ich, 80 oder 90 Prozent von diesen beiden Metallen gibt es nur in China, da haben die die Hand drauf und damit haben wir auch ein Problem, weil dann wird es mit der Chip-Produktion ein bisschen ambitioniert werden und spannend. Also, okay, aber... Also es wäre, sagen wir mal so, also die Kosten für eine militärische Invasion wären auf beiden Seiten enorm, ja? Also die wären für den Westen ganz schlimm, die wären für China aber auch ganz schlimm und ich glaube so, also wenn man das rein sich so spieltheoretisch angeht, da muss dann schon ein Punkt erreicht sein, wo man sagt, das ist jetzt so ein Minusgeschäft auch für uns, also da muss schon eine Person sein, wo man sagt, okay, jetzt haben wir gar keine andere Möglichkeiten mehr. Ich glaube tatsächlich, dass es auch in China, auch in Peking, auch für den Hardlinern nicht mit, keine leichte Entscheidung wäre, ja. Wie muss sich denn der Westen verhalten in Deutschland? Also Deutschland ist ja der wichtigste Absatzmarkt, einer der wichtigsten Absatzmärkte für die deutsche Industrie. Ich meine, eine Auseinandersetzung mit dem Westen oder mit den USA oder auch mit Taiwan würde dazu führen, dass wir Sanktionen wahrscheinlich auch hier aussprechen würden und wir haben ja gesehen, die Sanktionen gegen Russland haben der deutschen Wirtschaft massiv geschadet und auch den Bürgern hier in Deutschland eigentlich geschädigt. Was müssten wir machen? Müssen wir uns in Richtung Osten öffnen? Müssen wir ganz klar an der Seite Amerikas stehen? Ich sage es mal folgendermaßen, also was mich in meiner Zeit als Korrespondent immer aufgeregt hat, dass man vor den Menschenrechtsverletzungen, die damals schon immer gang und gäbe waren, in Xinjiang, in Tibet, wie man mit Dissidenten umgegangen ist, dass man die nicht angesprochen hat und dass viele in den Chefin-Tagen der Konzerne das sich schön geredet haben, Volkswagen ganz vorne mit dabei, aber da haben auch viele mitgemacht, alle. Und bei Delegationsreisen hat man dann gesagt, so, ja, Menschenrechtssituation, lieber nur hinter verschlossenen Türen, weil wir wollen hier die Gefühle des chinesischen Volkes nicht verletzen, da würde jemand sein Gesicht verlieren. Also das halte ich für komplett Bullshit, weil China auch, gerade die KP Meister daran ist, Leute öffentlich zu demütigen. Also das hat mich damals, fand ich, immer verlogen und heuchlerisch und heute finde ich halt auch, ja, also es wäre halt mal wünschenswert, irgendwie eine Linie zu finden. Also ich finde, man kann nicht das eine autoritäre System komplett verdammen und sagen, mit dem wollen wir gar nichts mehr zu tun haben und dann den Handel mit dem anderen großen autoritären System ausweiten. Also das finde ich, das passt nicht zusammen. Aber die deutsche Politik ist ja heuchlerisch und verlogen. Ist ja so. Also ich würde, ich würde mir da wünschen, dass man irgendwie mal eine Linie findet und das nicht anders. Ja, aber mit welcher Partei ich finde, mit welcher Partei. Also ich meine, wie gesagt, wenn die Amis irgendwie tausend Länder angreifen, ohne irgendwie Berechtigung oder auch gegen das Völkerrecht verstoßen oder Millionen Zivilisten in Irak umbringen, völlig okay, ist ja, um die Demokratie zu verbreiten, aber wenn das andere ist, ist sofort mit einem erhobenen moralischen Zeigefinger auf. Ja, das ist so ein bisschen so ein Schlingerkurs, der dann gerade sich so nach bestimmten Moden irgendwie, wo es gerade passt, ja, und da guckt man da hin und bei dem anderen guckt man weg. Also das finde ich, das finde ich passt auch einfach oft nicht und es wird auch, finde ich, im Ausland einfach, wird das auch wahrgenommen, dass das einen großen Teil heuchlerisch ist. Und jetzt im Falle China, ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie der Bundesregierung einen Ratschle geben möchte, aber ich finde, was man schon machen kann, also ganz klassisch nach Augstein sagen, was ist, also ich finde, man kann die Probleme, die offensichtlich sind, die Menschenrechtsverletzungen, die kann man ansprechen, ja, das kann man auch immer wieder äußern, das wäre mal ein erster Schritt, einfach in die richtige Richtung. Ah, da hat die Politik nicht die Koronnes dafür, weil China einfach unglaublich groß, mächtig und wichtig ist für die deutsche Industrie und da haben sie sich noch nicht emanzipiert oder noch nicht abgenabelt und das ist natürlich sehr, sehr schade, das stimmt tatsächlich. Ja, also dann heißt es praktisch, die Zukunft wird nicht, in Deutschland entschieden und wir werden weiterhin eine Abhängigkeit sein von China. Gibt es noch was anderes, Wichtiges, was die Zuschauer, was wir wissen müssen über die Seitenstraße, über die KP, über China, über die Politik, über die Menschen vor Ort? Ich glaube nur, also das habe ich so ein bisschen in meinem Abschlusskapitel als Fazit nochmal aufgezogen, um, ich habe natürlich einen provokanten Titel und das große auch mal schön rot und so weiter, das ist natürlich jetzt auch vom Verlag so, dass das halt in die richtige Wahrnehmung Schwelde bei den Lesern klappt, aber ich finde es schon wichtig auch zu sehen, dass so oder so ist Asien wieder im Aufstieg und ich habe aber auch so Zahlen, die mich immer sehr beeindruckt haben, nagel mich jetzt bitte nicht auf die exakten Punkte fest, aber ums Jahr 1800 war, ich glaube, 60 Prozent des Welthandels lief in China und Indien ab und auf 1950 war dieser Anteil irgendwie auf 12 Prozent geschrumpft und mittlerweile liegen wir wieder bei 30, 35 Prozent und also mal von China und dem politischen System abgesehen, glaube ich, was man schon wahrnehmen muss, ist, dass sich der Schwerpunkt der Welt und der Wirtschaft nach Asien verlagert und Ostasien und dass dort demnächst auch irgendwie wieder sozusagen die Musik spielen wird, also diese Verlagerung, die findet statt. 100 Prozent, ich meine, ich bin ja, wie gesagt, wirtschaftshistorisch sehr interessiert und Wirtschaftswachstum geht ja immer Hand in Hand mit Bevölkerungswachstum und wenn man die Demografie anschaut, dann sieht man einfach, die Demografie ist in Südostasien, ist in Indien viel, viel besser als in Deutschland, außen natürlich China und Japan, das ist negativ, die sind eher sterbende Völker, aber zum Beispiel Indien bin ich ultrabullisch oder auch Vietnam, Thailand und so weiter oder Bangladesch sind unglaublich starke, wachsende Volkswirtschaften mit unglaublichen Wachstumsrenditen und halt einer jungen Bevölkerung, die noch gierig ist, die noch Wohlstand erzeugen wollen, die halt nicht so satt sind wie wir im Westen natürlich, deswegen da spielt die Musik, da ist die Zukunft tatsächlich und deswegen ganz da, wo man auch investieren sollte. Also ich kann das Buch von dir nochmal empfehlen, ich werde unten auch einen Link verlinken, da könnt ihr es gerne auch dann bestellen, ich fand es wie gesagt interessant, spannend, viele Geschichten, auch viele Beispiele, die dann auch dann nochmal das Ganze vor Augen führen. Ich glaube tatsächlich, dass China auch nicht die Nummer 1 wird, die neue Nummer 1, also wir leben aber trotzdem in einer multipolaren Welt, die unipolare Welt ist vorbei und ja, wir werden sehen, wie lange das sich noch alles hält mit Überwachung und Drangsalieren und Buchsieren der eigenen Bevölkerung. Ich bin auch bullisch, dass die Freiheit sich durchsetzen wird und die Demokratie auch in China, weil ich kenne auch den einen oder anderen Dissidenten oder einen oder anderen Unternehmer aus China, die Chinesen sind, die auch sagen, also hier dann, wenn sie auf Europa reisen sind, sie haben keinen Bock mehr auf den Scheiß und dahingehend bin ich da auch positiv gestimmt, aber jetzt darfst du natürlich noch sagen, das ist mir noch eingefallen, was mir manchmal wichtig ist. Also ich glaube, bevor wir China kritisieren und über Sanktionen nachdenken und so weiter, ich finde, wir sollten vielleicht mal mehr sich die Frage stellen, laufen wir vielleicht nicht aus einem Machbarkeitswahn oder aus einer falschen Faszination laufen wir vielleicht nicht Gefahr, dem chinesischen System ähnlicher zu werden. Natürlich. Und das finde ich eher so, darauf sollte man vielleicht eher mal das aufmerken, bevor man sich denkt, so verhängen wir jetzt ja Sanktionen und kritisieren wir die, sondern wir sollten vielleicht eben mal gucken, so wie schaffen, was ist denn das, was eine freie Gesellschaft auszeichnet und wie schaffen wir das, die größtmögliche Freiheit des Individuums, die finde ich schon eine universelle, aber eine westliche Errungenschaft ist, wie schaffen wir das zu erhalten? Das machen wir nicht. Also nochmal, ich finde ganz klar, dass China das große Vorbild ist vom Westen. Das haben wir doch gesehen in den letzten Jahren, wir haben, die EU ist großer Fan des chinesischen Modells da wird schon über CBDCs gesprochen, da wird über Credit Social Programme gesprochen und wenn man auch jetzt die Corona-Maßnahmen anschaut, hat man eins zu eins kopiert. Ich meine, wir kennen doch die ganzen gefakten Bilder aus China, da sind ja die Menschen alle umgefallen, ich meine, das hat man im Westen ja nie gesehen, wir wissen alle, es war wahrscheinlich Propaganda und Bergamo war auch eine Riesenlüge und was jetzt in Wuhan war, wo es ja dieses Laboratory gab, also mit Corona, gibt es verschiedene Gerüchte, Leute, also war es jetzt irgendwie ein Planspiel, war es irgendwie mit US finanziert, VGP-Papo, also wird alles in den nächsten Jahren rauskommen, aber vielleicht war das ja auch eine chemische Waffe, um die westliche Wirtschaft zu schwächen oder die Machtstrukturen zu erschaffen, etc., aber klar war, durch dieses Lockdown, durch dieses Virus waren die ganzen Proteste weltweit sofort im Keim erstickt, weil wir hatten auch Proteste der Menschen gegen das System im Libanon, in Chile, aber auch in Frankreich, in den Gelben Westen, und vor allem in Hongkong und damit war das Problem gelöst, man konnte noch totalitärer sein und die Europäer und die westliche Welt hat nach China geguckt und hat das Modell 1 zu 1 kopiert und fand es nicht unangenehm und das ist natürlich, da geht bei mir alle Alarmglocken um. Ja, ich war im Dezember 2019 noch in Hongkong, habe mich dort mit Demonstranten und Organisatoren von Protesten getroffen und die waren damals siegessicher. Die haben gesagt, ich war da so ein bisschen baff auch, und die meinte so, ja, was soll denn noch kommen? Also, wenn wir jetzt nicht das, wenn wir unser Ziel nicht erreicht bekommen, dann geben wir den Generalstreik und dann liegt diese Stadt brach und die können nichts machen. Und dann hat Xi Gansche angerufen bei Fauci und Fauci hat gesagt, okay, wir lassen das Virus los. Na, wie auch immer, also das sind natürlich alles, was dahinter gesteckt, weiß man nicht, aber ein Ergebnis war auf jeden Fall von den ganzen Lockdowns und Protesten, dass es in Hongkong keine Proteste mehr gab. Exakt. Und im Juli kam dann dieses nationale Sicherheitsgesetz und seitdem ist Hongkong ein Teil des Festlandes und die Protestbewegung ist tot. Also das, das mag eine Koinzidenz sein, aber Fakt ist, dass natürlich, genau wie du sagst, diese Lockdowns einfach Proteste auf der ganzen Welt erstmal im Deckel drauf gesend haben. Genau, genau. Und auch, als dann die Bankenkrise, Immobilienkrise in China war, auf einmal konnten die Leute nicht mehr zu ihrer Bank gehen und demonstrieren, sondern waren einfach auf einmal auf orange, obwohl sie eigentlich, ganz angenehme Nebeneffekte und deswegen war das so ein Testballon meiner Ansicht nach. Aber ich bin gespannt, was du natürlich sagst. Und ansonsten, wie gesagt, spannende Zeiten auf jeden Fall. Wir erleben gerade eine Zeitenwende. Wir sehen eine multipolare Welt. Wir sehen, dass die Hegemonialmacht die USA definitiv am Absteigen ist und die Chinesen werden unserer Ansicht nach nicht die neue Nummer 1, aber sie werden natürlich ein Part spielen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Mal gucken, wie weit sie sich Macht erkaufen können über ihre Infrastrukturprojekte, Belt und Seidenstraße. Genau. Philipp, danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich danke. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, eure Kommentare. Lasst ein Abo da, teilt das Video gerne und wie gesagt, wenn ihr das Buch lesen wollt, dann unten einen Link findet ihr zur Die dreckige Seidenstraße. Mit der noch dreckigeren KP. Ich werde niemals in die nach China einreißen dürfen nach dem Video. Die hassen mich.